Wir möchten hier diese Ableitung berechnen und erkennen sofort die Ableitung von einem Produkt. Also werden wir diese entsprechende Formel einsetzen, aber Vorsicht, f mal g' das ist nicht f' mal g', sondern f mal g' das ist f' mal g plus f mal g'. Diese Formel werden wir hier einsetzen, 5x hoch 3 steht für f und 2x plus 3 steht für g, also f mal g' das ergibt f' mal g plus f mal g'. Diese Ableitung ergibt 15x² und diese Ableitung ergibt 2. So, und jetzt haben wir kein Prim mehr. Sobald kein Prim mehr vorhanden ist, versuchen wir zu faktorisieren. Im ersten Term erkennen wir 5x², im zweiten Term aber auch. Also können wir 5x² ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann 15 geteilt durch 5 macht 3, mal diese Klammer 2x plus 3, plus, plus. Hier ist 5x² draußen, also bleibt 1x drin, multipliziert mit dieser 2, das macht 2x. Und somit bleibt hier Zwischenklammern 6x plus 9 plus 2x, also 8x plus 9. Und fertig. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.